Hallo zusammen, Eizocca hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, der Krieg ist gekommen, anzunehmen bei Nathanos Bestwoofer in Zuldazar, an dieser Position. Nehmt die Quest gleich mal an. Darf mich nun zum großen Siegel begeben. Also, hier hin. Hoppala, gegen die Wand gelaufen. Nicht so toll. Begebe mich also nun zum Flugpunkt und werde zum großen Siegel fliegen. So. Wollt ihr was? Sollte euch das Video helfen, würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen hoch gebt und oder meinen Kanal abonniert. Das motiviert mich, Fight-Requests aufzunehmen und hochzuladen. Hoffe mal, das ist auch in eurem Sinne. Habe mittlerweile auch eine Facebook-Seite. Da poste ich das Software, was ich aufnehme oder was als nächstes ansteht. Link dazu findet ihr in meinem YouTube-Kanal-Banner. Auf der Facebook-Seite könnt ihr natürlich auch kommentieren und sonstiges, was man alles machen kann. Fragen stellen. So, da bin ich auch schon. Hier ist König Rastakan. Sprechblase anklicken. Eure Feinde vor euch, Allianz marschiert durch Nazmir. Das Video könnt ihr euch helfen. Ciao. So. 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 So.